Ich trage Ich trage Ich trage Ich trage Wir haben Es ist schon die zweite Rheizgasattacke bei einem Volksfest in Bayern und die Reitergörter an 18-jähriger Anzahl der Menschenverlässung und der Zettel von Tierabwehrsprojekten. Die Reitergörter an 18-jähriger Anzahl der Menschenverlässung und die Reitergörter an 18-jähriger Anzahl der Menschenverlässung und der Zettel von Tierabwehrsprojekten. Der Plan, der Plan! Wir waren im Klebe bis 27 Grad. Wir waren im Klebe bis 28 Grad. Morgen ist es in Brunhagen und im Reimland. Wir waren im Klebe bis 28 Grad. Sonst schallt auch ab und zu die Sonne. Da, das bieten wir. Sind wir tot zu 6 Uhr. Das war WDR aktuell mit den Nachrichten. WDR 2 Verkehrservice. Mit Staus und NRW mit Wartezeiten. Wartezeit A3 im Bauhausen Richtung Köln. Zwischen Kliebe-Busen-Zentrum und Köln-Bühlheim. Ein Kilometer Stock im Verkehr. Noch einer gekommen. 61. Wartezeit nach Richtung Koblenz. Zwischen Holzmeckenheim und Weikbad 9a. Zwei Kilometer Stock im Verkehr. WDR 2. Mit Gudrun Höpker. Ich habe hier im Buch liegen. Da ist zufälligerweise, was hier ein Schweinsteiger braucht. Und der Titel heißt, das Spiel ist aus. Geschichten funktionieren. Ne, das ist nicht ganz. Ich habe das geschrieben. Und vorne, es klappt ja schon mal. Es geht auch nicht um Schweinsteiger. Also wir werden dann probieren. Und das ist gar nicht so schlimm. Casino Messermann stellt uns. Hält uns das Werk. Nach halb 12 Uhr. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Tag. Im Raum. Informiert. WDR 2. Am Sonntag. Musik 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 Borante Borante Borante